So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es ein kleines, aber kurzes Video, aber ein Video, auf das ihr schon jahrelang gewartet habt, nämlich heute kommt die Auflösung des Geheimnisses, was denn in meinem Intro gesagt wird. Also, welches Intro? Damit meine ich das da hier. Und ja, die Frage ist, was genau sagt diese Stimme da? Es wurden immer Mutmaßungen angestellt. Sie sagt Timber oder Pumba oder... Ich habe anfangs immer irgendwas wie Headshot oder sowas verstanden. Es gibt super viele Mutmaßungen und heute lade ich dir nochmal ein, ein finales Mal zu rätseln. Was sagt diese Stimme, beziehungsweise... Es gibt sowieso genug, die schummeln, also vergesst es wiederum. Bringt jetzt nichts zu fragen, jetzt mal zu schreiben, was sie denkt, was es heißt, weil ich werde es jetzt auflösen und die Leute, oh, habe ich schon immer gewusst, was es ist. Egal, ja, so wird der Kasten laufen. Das Video wird nicht sonderlich langwierig sein, weil das eigentlich eine kurze Sache zum Erklären ist, aber ich kann die Geschichte dann da kurz erklären, wieso, weshalb, warum, woher weiß ich, wie es denn heißt. Und ich habe den Ersteller, den Interpreten gefragt, damals auf YouTube, als YouTube noch ein eigenes Postfach hatte. Hello, was ist denn, was sagt denn eigentlich die Stimme da an dieser Stelle von dem Song? Und der Song heißt, oder der Track heißt Pump It von Resonate. Und ich habe den Resonate damals persönlich angeschrieben und er hat mir darauf auch eine Antwort gegeben, sodass ich endlich mal den Kern des Ganzen ergründen konnte und ich habe herausgefunden, worum es denn geht. Er hat mir daraufhin dann eine Antwort geschrieben und diese Antwort werde ich euch hier einblenden. Aber auch wenn ich weiß, was es heißt, kann ich es trotzdem nicht raushören. Also entweder hat er gedacht, ich meine eine andere Stelle oder es ist einfach nicht hörbar, weil das so verzerrt ist, weil ihr kennt das Ganze ja. Ja, was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir machen einen Trommelwirbel mit den Fingern am Tisch. Ich weiß noch, was gehört hat, ist egal. Und ja, ich blende euch jetzt hier endlich die Auflesung euch ein, die ihr seit Jahrzehnten erwartet. Was heißt das Intro? Was genau sagt die Stimme da? Und hier kommt der Kommentar eingeblendet. Ta-da, na, it says, pump it up. Ja, weil das heißt, der Tracker ist ja pump it und also sagt er da pump it up. Aber habt ihr das da jemals raushören können? Ich jedenfalls nicht. Aber hiermit ist eines der größten Geheimnisse der Menschheit erfüllt. Das nächste große Geheimnis der Menschheit, darauf warte ich noch, nämlich wie das Finale von dem Detektiv-Conan-Anime aussieht. Den gibt es nämlich schon 20 Jahre und Conan ist immer noch ein Kind. Und einige andere Geheimnisse dieser Welt, die würde ich auch noch gerne erfahren. Aber zumindest heute habt ihr endlich mal die Auflösung meines Intros bekommen. Da wir die eine Million Abonnenten geknackt haben, habe ich gesagt, ich werde es endgültig mal erzählen. Bei einer Million Abos sage ich es euch. Und ja, habe ich auch eingehalten. Ich habe ein bisschen gebraucht, um den alten Screenshot noch zu finden. Ich habe schon gedacht, ich hätte ihn verloren. Nein, habe ich nicht. Deswegen habt ihr ihn hier. Und ja, jetzt dürft ihr endlich einen erleichternden Seufzer von euch lassen. So ein schönes, nettes. Ah, endlich weiß ich es. Endlich habe ich meinen Seelenfrieden erlangt. Und ja, für alle, die sich schon lange drüber gerätselt haben oder den Kopf zerbrochen haben oder das schon immer mal wissen wollten. Ich habe es euch endlich geliefert. Jetzt müsst ihr sehen, wie ich so genickt habe. Ich habe es euch endlich geliefert. Mhm. Mhm. Da habt ihr es. Okay. Dann ja. Mir gibt es auch nichts zu sagen. Ich möchte es nicht unbedingt in die Länge ziehen, das Video. Aber ich wollte es länger machen als 5 Sekunden, wo ich nämlich das Screenshot einblende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und da solltet ihr reinschauen, denn da gibt es wieder Schönfolge Skyworld oder Craft Attack oder irgendwas anderes. Vielleicht mit einer Snapchat-Vorstellung, wenn mal wieder eine kommt, wo was Gutes zu zeigen kommt und nicht nur ein paar kleine Backfee. Egal. Bis demnächst. Laske ran. Und tschüss. 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 Tschüss.